Ist ihr hier aufgetrieben? Okay, wieder schnell speichern. Schauzeit war der letzte Fehler eures Lebens. Terms! Hey, 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 hey! Schwer. Ich probier jetzt verschiedene Tricks aus. Könnt nicht warten, wenn Feinde mehr sind. Fuck. So. Nochmal. Ein Uhr. Hä? Geht das? Hä? Okay, es wird grüner. Das heißt, hier muss es sein. Achso, das war er. Das war Bjarne. Äh, der Streik... Wo ist der Streikholpen? Äh. Hallo? Ah, vielleicht ist das wo... Ne, er muss... Ne, er muss ihn, weiß ich, haben. Ah, hier ist er. Oh, Alter, der sieht ja cool aus. Vier Schaden. Ich habe Schaifis Leiche in Fort Strand gefunden. Hä? Was? Habe ich... Aber habe ich ihn nicht niedergeschlagen? Äh... Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich muss mir nachher die Aufnahmen nochmal anschauen. Also... Okay. Move Tokute. Dieser nichtsnutzige Mann wird sehr überrascht sein. Habt ihr Felsenschmetterer möglicherweise schon gefunden? Ja, er ist tot. Ich war mir schon sicher, dass ich Felsenschmetterer nie wiedersehen würde. Aber ich habe mich geirrt. Was ist aus Bjalfi geworden? Es tut mir leid. Er ist tot. Er war ein guter Mann, als ich ihn heiratete. Aber die Habge ergriff von seinem Herzenbesitz. Ich bin zwar nicht glücklich über seinen Tod, aber wenigstens hat er seine Ruhe. Jo. Tja, ich bin nur froh, dass es vorüber ist und... Ich schulde euch etwas für eure Bemühungen. Hm, ja... Schlammkrabben. Weißt du was? Mach... Pack die Göttin über eure Wache. Ja! Hilfe! Ha! Warte. Er ist ein Bier zu geben? Sehr gut. Tja. Jetzt gehört es wohl... Ist es wohl meins? Also ich wäre... Ich wäre ja wohl komplett blöd, wenn ich mir diese Waffe entgehen lassen würde. Schockstarten. Fünf Punkte. Anfänger gegen Schock. Geil, Alter. Mal schauen, wie gut sich sie schwingen lässt. Ah, auch nur ziemlich schnell. So. Dann setzen wir die hier auf... Die... Ja, auf die Acht kommen. Auf die Acht. So. Diese... Es tut mir zwar leid, aber... Die Waffen. Ihr wisst schon. Immerhin kann sie jetzt bei Gypschalfi sein, ne? Ich hätte ja auch cheaten können, aber... Aber... Olaf. Olaf. Ja. 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 Ach, das war dies. Ach so. Ich wusste, die Quest kam mir irgendwie bekannt vor. Das kam mir irgendwie bekannt vor. Und ja, ich habe sie schon mal gespielt. Sehr viel früher. Jetzt warten wir wieder. Wir können... Alter. Ist das ein Wolf? Können nicht warten. So, jetzt können wir wieder... Findet den Erben. Tretet der Magie. Hier. Findet den Erben. Auf nach Quatsch. Hier wieder mal schnell speichern. Wo bin ich denn? Ah ja, ich komme jetzt gleich zur Herberge, zum Brinarkreuz. Da, wo wir, ich glaube, wir Kaminalle getötet haben. Ich glaube, da war das von. Ja, da war... Das war dort. Rock Shatter. Ja! Oh. So. Dann werden wir hier übernachten und uns... Äh, ja. Übernachten. Obwohl, jetzt ist es schon wieder morgen. Also, äh, genau. Wir wollen hier übernachten. Und dann am nächsten Tag weiterziehen. Herberge zum Brinarkreuz. Was? Habt ihr Interesse? Ja. Tschüss. Lebt wohl. Ich grüße euch. Gute Nacht. Gute Nacht.